ladies and gentlemen willkommen zu einer arbeitrunde project lesson 2 cup am out so hier muss ich mal die riste der kuh wegpacken und wenn wir mal hier reinschauen darkmatter ist fertig jetzt brauchen wir nur noch redmatter was brauchen wir denn für redmatter für redmatter brauchen wir pure nether quads sndl für blöcke und darkmatter hab ich schon mal die darkmatter vorbereitet zu show wie ich bin das heißt wir haben pure nether quads und wenn wir mal so drücken haben wir alles für redmatter even better matter so zack 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 redmatter und wir haben den energy condenser mark one boom so damit haben wir jetzt einen riesengroßen vortritt gemacht wie so das ganz einfach wenn wir jetzt mal gucken wir haben eben für die prc 100 und so weiter mercury gebraucht haben wir jetzt nicht mehr allzu viel jetzt kommt der teil wo viele denken dass es ein bisschen cheaty ist und ich muss auch sagen ist es auch wir haben jetzt oben und back in getrennen und wir haben hier noch ein immer hier so und deck nether stars wir wandeln nether stars in mercury in getrun ich muss ehrlich zugeben es ist cheater ich muss aber auch zugeben es ist in diesem pack notwendig so das haben wir jetzt gepackt gucken wir mal in die quest rein bei kappa wir haben darkmatter ist egal wo wir hier nehmen ja auch wetmatter energy condenser mark one gut packen wir mal weg das ist für 50er und da ist müll drin so wie immer so das reicht jetzt aber auf jeden fall schon mal dann merkt wie wieder wie viel haben wir jetzt ja neun knapp 1000 sehr schön so haben wir noch eine darkmatter über können wir aber gerade mal machen sagt sollte jetzt auch nicht so wirklich lange dauern das ist relativ schnell gemacht so jetzt können wir gucken wie machen wir weiter gehen wir wieder auf das eigentliche thema zurück zum wireless crafting terminal oder wollen wir gucken das war den energy markt machen ich würde ehrlich gesagt sagen wir gucken dass wir jetzt war ja das crafting terminal machen und gleichzeitig ein bisschen hier für den markt hoch vorbereiten so erstmal hier der dmc rausholen darkmatter brauchen wir sowieso vielfach wir können mal gucken was hier noch übrig ist jota ja 200 prozessor haben wir gemacht sein hat aber bekommen plutonium packen wir mal weg 250er fortune cookie und laser foky nicht so wirklich sehr jela vom sie eck aber naja ok die tourbine müssten wir so machen aber habe keinen bock drauf das kann man mal gerade nehmen das habe ich alles noch nicht geclaimed stimmt hier müssen wir noch machen wir noch mal von der kreis opening folge da kann jetzt ein bisschen was dauern ich bin aber ehrlich ich werde voraussagen wir bekommen hoffen will raus die einzigen guten sachen die wir seit bekommen können sind eigentlich infinity sachen oder es besteht die möglichkeit dass für ein chaos in get bekommen das würde ich abfeiern das ist das beste momentan meiner meinung nach was wir bekommen können crossbow naja guck mich nicht wirklich momentan aber naja ab hier kommen wir mal die flugs kapaziter weg die weibungs kapaziter weg und sowas wir haben so viel zu klämen 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 das hier muss man weg weg öffnen wir mal ein patroulen so ein auto ein champion table ja das ist jetzt noch ein ender tank automater kamera das gelungen wieder ein ultimate bin das ist nicht schlecht das ist gut weil die tanze kostet jeden müssen noch fahren das ist gut das ist eben c da kriegen wir aber stimmt nichts mehr gutes raus ein weiterer dislocator räumen wir mal hier ein bisschen was auf ich muss ganz ehrlich sagen das letzte was wir rausbekommen hatten waren hier die hier sie ist die pcb ist fertig so auch noch mal die tanks hier wie gesagt ich gehe davon aus wir werden nichts allzu gutes raus zu bekommen jetzt wird wirklich darauf hinaus hoffen dass wir ja ich will nicht sagen dass wir alles mit uns gemacht haben wir bekommen ja wirklich schon eine belohnung aber ich finde die belohnungen bringen teilweise einen haufen müll so guck mal hier ist noch mal rein ja gut ein hitring bar bar ja gut und sonst komm zolldor ja so so und wieder einmal ein haufen müll rausbekommen aber naja war zu erwarten so wie sieht das hier aus äh wir haben hier noch die red matter kleidung fünf stück trotzdem mal kurz rein so wireless crafting table ne wir brauchen was dafür ok flugspurl anders angefangen was haben wir sehr schön gar nichts fuck ähm wir brauchen zwei flugspurls zwei die haben wir wir brauchen einen wireless receiver das heißt wir brauchen äh moment boll so wireless access point den haben wir schon mal sehr gut wir brauchen einen wireless access point den haben wir schon mal sehr gut machen ein crafting terminal das heißt wir müssen ein weiteres inventory panel machen äh dada 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 Gier so vier stück wir brauchen jetzt Vibrant Alloy zack weiter haben wir hier noch Sentin and Ender haben wir noch Hexen verdammt wie viele wir brauchen jetzt wie viele einen ja gut ich habe gerade schon ein bisschen Sorgen gemacht Ender Version machen wir jetzt gleich dann machen wir das hier schon mal Neutral Distillation haben wir davon brauchen wir eine Bucket also zack zack okay wir brauchen einen Enderman Head Solarium das war noch Vibrant Alloy oder genau und Silken ein wenig Vibrant Alloy kleine Anspielung an Horizon Zero Dawn ist ein ganz schlichtes Spiel finde ich hier nicht in die Panty Machine zack 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 und jetzt habe ich fast vergessen den Vibrant Crystal ne die Vibrant Crystal naja neue Probleme Chris habe ich keine Rezepte für Vibrant Crystal so jetzt aber rüber ich muss auch noch mehr Mähkontrolle machen ne verter nicht und ich habe boah Zollwein da wo bist du zack zack ich bin froh wenn wir das fertig haben Sentiment Ender so jetzt aber wäre halt schon Zugriff überall zu haben aber da arbeiten wir ja gerade dran das dahin das dahin das dahin das dahin und das da so zack zack im E-Terminal so mach mal ein Crafting Terminal aus und zwar mit einem Crafting Table so haben wir was fehlt uns jetzt noch äh Wireless Connector und da brauchen wir noch mal zwei Ender Resonator machen wir erstmal das hier fertig schon wieder Redstone Scheiß was drauf mach einfach wir haben so viel Zeug machen wir einfach was so Wireless Modem eins danke zwei ne quatsch wir brauchen da dritte zweimal eins zwei so was haben wir hier noch fluex perl brauchen wir ich mach einfach mal 100 die ist ja an für sich schnell gemacht quads fiber brauchen wir machen wir auch noch mal 100 so jetzt hier zurück davon brauchen wir 1 2 3 4 ne ne moment so rum einfach nur ein bisschen Zeug machen das haben wir 1 2 2 3 4 eins was brauchen wir jetzt noch in war ist kein thema das haben wir hier ansonsten brauchen wir hier nur noch was brauchten können wir auch einmal hier gucken flugst das ne, moment das wollte ich das sieht nämlich schon anders aus und wir brauchen jetzt bin ich schon wieder darauf gegangen enapol das, das ist eine Perle im Raum Pulver Ritzer so wie sieht das hier aus sehr schön haben wir noch ein bisschen Dark Matter 2 davon electrical steel brauchen wir und wieder fehlt uns genau einer so dann brauchen wir nur noch die Capacitor 1,2 und wieder der ender resonator silicon und neue aber da habe ich zu wenig zilken genommen jetzt dürfte ich alles dabei haben was wir brauchen sagte er irgendeine Kleinigkeit fehlt ihm so ich müsste jetzt aber glaube ich echt alles dabei haben so das in die Ecken das nach oben die dahin der dahin und hat wahnsinn wahnsinn wireless charger können wobei ich eigentlich kann ich so ziemlich aufladen müssen so wir brauchen wir brauchen engineering Prozessoren mach einfach du hast erlaubt das können ihr jung mach uns einfach ein paar Prozessoren einmal zweimal wireless connector so was fehlt uns jetzt noch ich würde sagen wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Teile 64k ui das ging schnell damit hätte ich nicht erwartet wollen wir das was einfacher machen sehr schön ähm dann brauchen wir die hier logic machen wir mal 30 dann müssen wir echt auf die 16.000 agieren und das wird teuer dann brauchen wir nochmal ein paar mehr logic machen wir mal 30 dann müssen wir echt auf die 16.000 agieren und das wird teuer ja haben wir eigentlich noch octuple genau das ist so ich sag mal eine sache die würde ich verwenden wenn wir wirklich 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 viel emc brauchen wie viel haben wir eigentlich noch drüben können wir mal währenddessen kurz gucken 19 stück so wie sieht das aus das wäre jetzt 1.024 davon bruchten wir 3 9 gut dann machen wir jetzt das hier und sind die dorthin jetzt ausgegangen ja gut glowstone dust und osmium dafür haben wir den kollegen ja hier der hat doch noch keine abkürzen ne äh energy wow dann machen es nochmal so das ist so ganz ehrlich gesagt was mal um den sack geht hätte doch die team hey ich werde doch am aflanger projekts bekommen ganz sicher okay ich unterfrage es einfach mal nicht so einen können wir jetzt mal machen vierten 96 oh gott wir werden auf jeden fall noch ein bisschen hier sitzen so machen wir schon mal so weil das ist halt eher der knackpunkt strom ist mir sogar gerade mal lachen egal kommt schon opa mal voran kommt schon opa mal voran ok 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 unterfrage es mal nicht gut dann jetzt aber wireless also das möchte ich auf jeden fall noch fertig machen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 brauchen 18 ey bitte wat natürlich auch kein emc wert gönn dir jung mach einfach ja ja jetzt fahrrad mal hier drauf die pp der 257er haben wir 14 15 16 17 18 das hat ja perfekt gereicht ähm so jetzt 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 sind die schon wieder aus willst du dich verarschen hier wundert mach ich hab auch keinen bock die auf autocraft zu setzen weil die einfach so eklig sind und wir die nur noch die dicken brauchen so da los crafte eine 16 384 km e storage meine fresse äh so dann nehme ich nochmal 4 6 netherstars das das würde mich jetzt ein bisschen dauern so die zwei die wir brauchen haben wir schon mal jetzt brauchen wir nur noch den m e-controller weil ich jetzt richtig sehe so den m e-controller guck mal nochmal drüber dafür ist natürlich jetzt ein zeug mache ich aber auf screen weil folge ist jetzt vorbei wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin tschüss